Ich will das nicht tun. Das ist irre. Was war das bitte? Das war's nicht klar, Mann. Fuck, Mann. Fuck! Bewegung. Ich geh schon. Hey, ich seh nicht, Mann. Das ist irre. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Naja, dachte ich. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nicht zum Lachen. Ja, könnte schlecht enden. Los, los. Kopf runter. Ich sollte nicht hier sein. Na, nicht heute. Das ist es nicht wert. Bewegung. Okay. Okay. Okay, los. Ich will das nicht tun. Ich sollte nicht hier sein. Vorwärts. Ja. Yo, was war denn der Scheiß? Bewegung. Alles klar. Okay, jetzt. Los, los. Mein Handy war's nicht. Geh mal nachsehen. Das ist es nicht wert. Los, schnell. Ja. Jetzt, los. Ich geh schon. Ist du die Tür? Heftige Schlösser, Mann. Geh nur nah genug ran. Nur Ira kann da rein, Mann. Warte eine Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Der Computer ist da. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Wir haben viel Zeit. Irak war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Ist gar nicht kompliziert. Ich weiß nicht, dass die Tür ist. Bleib wachsam, Alter. Seymour, a closeout. 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 I tell you, don't tell you about Iraq. Boa. Seymour, a closeout. Seymour, a closeout. Seymour, a closeout. Leib wachsam. Beide, die Zeit! Bleib dran, Bamba! Jo, nicht unvorstellbar! Pass auf dich auf, Freunde! Lest mal Racht hier draußen! Der Computer ist da! Es ist scheiße kalt, Mann! Ja, um die Server zu kühlen. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Da, geh da hin! Shit! Was? Beweg dich nicht! Nein, 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 nein! Warte, das ist nicht genug! Geh zurück! Nein! Ja! Wer hat dich gekauft? Das ist... Fick doch mal! Er ist ganz nah! Vielleicht bist du da runter, krass! Bist du da runter! Geht da runter! Fündet den Pisser! Oh nein. Bad Barrel. Was ist denn passiert? War doch alles richtig. Und Irag? Hat er seinen Cousin getötet? Bin ich etwa schuld? Ich hab nicht viel bekommen. Hoffen wir, es reicht. Ey, oder bist du ja, du Stricker! Hier, kommst du nicht! Ich rein ihn gleich! Pass mal gut auf! Versehen, ob ich dich von der Straße rammen kann! Aaaaaah! Der Fiktor kriegt zu euch was ab. Ich habe ihn gar nicht verfehlen. Der Fiktor hat seine Karre hier gelassen. Ja, wir helfen euch mal besser. Ich bin nicht in der Mitte. 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 Es war nur ein partieller Download, aber ich habe etwas. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über einfach jeden. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape, Bloom-CEO-Bestechung, CTOS-Verstöße. Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zu Merlot? Merlot. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. Hey. Hey. Geht das Ding noch? Bad Bug, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt. Wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen.